Herr Mayer, soweit die Redner im Namen der Fraktionen. Es kommen nun die sonstigen eingetragenen Redner und es beginnt der Kollege Kelly. Mein Herr Mayer, soweit die Redner im Namen der Fraktionen. Und er war eine große Rolle. Sie sind die Stärke, die die Stärke auf die Stärke erledigt. Und er hat sich die Stärke in diesem Land eine große Rolle, und die Stärke der Stärke in diesem Lande. Vielen Dank, Herr Kollege. Kelly, es folgt nun Frau Kollegin Cretzou. Vielen Dank.